Perl TV, wir zeigen Ihnen die aktuellen Bestseller von Perl. Liebe Zuschauer, hier sind wir in der Top 10, so für Sie herzlich willkommen, diesmal zum Thema Auto. Und da haben wir fantastische Produkte, die Sie persönlich mit Ihren Bestellungen aus dieser Produktkategorie gewählt haben. Und da ist bestimmt auch noch das eine oder andere Interessante für Sie dabei. Deshalb, wenn Sie was entdecken, gleich zugreifen. Ist auch mal ganz spannend zu sehen, was haben die anderen Kunden da bestellt. Dann direkt in die Leitung gehen. Die Kollegen im Callcenter sind für Sie da. Und ich will Sie gar nicht lange auf die Folter spannen. Wir beginnen hier direkt mit Platz Nummer 10. Und auf Platz Nummer 10 haben wir einen fantastischen Stereo-FM-Transmitter für Sie. Für MP3-Musik vom USB-Stick von der SD-Karte. Und damit kann man quasi sein Autoradio so ein bisschen aufwerten und aufpappen. Gerade natürlich für die etwas älteren Autoradios eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Ich mag diese FM-Transmitter sehr. Ich habe beispielsweise einen bei mir im Auto drin. Ganz einfach deswegen, weil mein Auto noch auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat und damals eine andere Technik verbaut worden ist. Ich habe noch einen CD-Spieler drin. Ja, aber beispielsweise keinen Bluetooth-Anschluss. Und da geht es also bei vielen Autofahrern tatsächlich auch schon los. Denn gerade die modernen Speichermedien, wo man heutzutage nur doch, so wie früher auf einer CD oder noch früher auf einer Kassette, dann später auf einer CD, wo man heutzutage dann eben dann doch auf kleinstem Platzangebot hier eine gewaltige Menge an Musikdateien drauf bekommt und auch mal Hörbücher, die hat man in der Regel auf den Mikro-SD-Karten beziehungsweise auf den USB-Sticks. Das sind die modernen Speichermedien, nur nicht jedes Auto oder nicht jedes Autoradio, nicht jede Hi-Fi-Einheit ist entsprechend für diese Speichermedien ausgelegt. Deswegen gibt es diese FM-Transmitter, wo du ganz einfach dann hier über den 12-Volt-Zigarettenanzünder, über den Bordspannungsanschluss hier ganz einfach mal so ein kleines Gerät andocken kannst. Du bist gleich mit der Bordelektronik verbunden und kannst dann ganz komfortabel dann also auch über dein Autoradio, über die Boxen im Auto, über den Stick beziehungsweise dann über die SD-Karte in das Gerät eingefügt. Ganz einfach deine Musik hören und das einfach in der brillanten digitalen Qualität. Das ist eine tolle Angelegenheit und werdet meines Erachtens auch etwas ältere Hi-Fi-Modelle in den Fahrzeugen locker auf und das Ganze ist auch noch fernbedienbar. Das ist natürlich sensationell. Wir haben hier ein sehr beliebtes Produkt, liebe Zuschauer. Wir hatten einen Kontingent zum TV-Sonderpreis. Das ist jetzt schon komplett vergriffen. Das ging hier wieder ruckzuck. Wir haben aber noch mal eine Menge für Sie bekommen und Sie können jetzt auch direkt bestellen. Für 14,90 Euro ist das Produkt noch für Sie zu haben. Wir haben da extra noch mal nachgefragt, haben gesagt, das Produkt ist wirklich so beliebt, das möchten wir gerne noch mal zeigen, weil es natürlich starke Nachfrage da gegeben hat. Deshalb, Sie können jetzt direkt bestellen. Das Produkt ist dann auch innerhalb von zwei bis drei Werktagen selbstverständlich sofort bei Ihnen für 14,90 Euro. Das ist der Preis, den wir Ihnen jetzt hier anbieten dürfen. Greifen Sie da gerne zu, weil wie Carsten gerade schon gesagt hat, das wertet einfach jedes etwas ältere Autoradio auch dementsprechend sofort auf. Ist gerade natürlich bei den etwas älteren Modellen dann eine ganz tolle Sache. Ich kenne es natürlich auch von meinem Bruder aus dem privaten Bereich, da habe ich es auch erlebt. Ein alter Golf, der natürlich auch ein bisschen älteres Autoradio dann drin hat. Aber gerade natürlich die etwas jüngeren Leute, die haben dann die Musik halt auf den USB-Sticks zum Beispiel. Die möchten das dann auch gerne natürlich von da abspielen, die Musik. Und da fragt man sich, wie mache ich das denn jetzt? Und dann gleich ein neues Autoradio kaufen. Das wird oftmals sehr, sehr teuer. Und dann denkt man sich, gibt es da nicht eine preisgünstige Möglichkeit? Ja, hier, schauen Sie, so einfach reingesteckt in den Zigarettenanzünder. Und schon hat man es verbunden. Dann kann man da einfach den USB-Stick mit der Musik dann unten einstecken. Oder auch dann die SD-Karte, genau, da einfach rein. Das ist eine tolle, tolle Sache hier. Und dann kann ich da die Musik abspielen. Vielleicht auch als Geschenk für Ihre Kinder, Ihre Enkelkinder, wenn die jetzt auch Fahranfänger sind. Vielleicht dann noch ein älteres Auto haben mit einem etwas älteren Autoradio. Und Sie wissen, die lieben die Musik, die sie da auf den USB-Sticks oder so haben. Da ist das schon eine tolle Sache, ja. Also denken Sie da auch dran, 14,90 Euro auf Platz Nummer 10. Ein sehr beliebtes Produkt mit der PX-3145 und der 569, der Stereo-FM-Transmitter für die MP3-Musik vom USB-Stick oder der SD-Karte, liebe Zuschauer. Die Kollegen im Callcenter sind da jetzt für Ihre Bestellungen da. Einfach telefonisch schnell durchklingeln oder auch online bestellen unter www.pearl.tv. Unsere Top 10 zum Thema Auto mit fantastischen Produkten, die wir Ihnen hier heute zeigen dürfen, die Sie mit Ihren Bestellungen gewählt haben. Und weiter geht es hier mit Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 haben wir ein Autoradio-Karten. Oh ja, ja, ich wollte gerade schon intervenieren, als du sagtest, neues Autoradio kaufen, das kann ganz schön ins Geld gehen. Ja, kann es. Theoretisch gesehen. Ja, wenn Sie die üblichen Verdächtigen wählen wollen, wenn Sie da jetzt eine Sonderausstattung haben wollen oder etwas ganz Besonderes, liebe Zuschauer. Wenn es aber auch mal eine schöne Ausstattung in einem wirklich sehr, sehr schönen Gewand sein darf, mit einem doch etwas überschaubaren Preisgefüge, mit allen modernen Anschlüssen, die heutzutage relevant sind, bei den entsprechenden Speicherangeboten, bei den USB-Sticks, bei den SD-Karten oder vielleicht sogar Bluetooth, ja, über die kabellose Datenübertragung, dann ist das hier sicherlich mal eine wunderschöne Variante, wo man mal einen jungen Mann, einen, ich sag mal, einen relativ jungen Fahranfänger auch mal mit einem etwas älteren Fahrzeug zum Üben sehr glücklich machen kann. Das ist ein sogenanntes Ein-Din-Radio. Und früher hatte man eben diese Schächte. Mit einem Schacht hast du ein Ein-Din, mit zwei Schächten hast du ein Zweidin-Radio. Das hier aber die am häufigsten gewählte Variante. Und du hast natürlich alle Anschlussmöglichkeiten, die ein modernes Radio heutzutage braucht. Also hier ganz einfach die Micro-SD-Karten, wo viele die Musik drauf speichern. USB natürlich, aber noch komfortabler, und das weiß ich seit geraumer Zeit sehr zu schätzen, auch die kabellose Musikübertragung via Bluetooth. Und das können moderne Smartphones alle, egal von welchem Hersteller. Auch die meisten Tablets und moderne Laptops sind da auch zu ihnen der Lage. Das macht natürlich mal richtig Sinn. Du kannst das Telefon ganz einfach in der Tasche lassen, in der Mittelkonsole lassen und deine Lieblingsmusik streamen. Oder aber natürlich auch mal damit telefonieren. Denn der Gesetzgeber hat zum 01.01.2017 von 60 auf 100 Euro angehoben, was die Gebühren betrifft, was die Knolle betrifft, wenn sie mit einem Handy in der Hand bei laufendem Motor erwischt werden. Plus ein Punkt in Flensburg. Das macht man also dann doch lieber, auch aus Sicherheitsgründen natürlich ganz klar, so ist es gedacht, dann über die Freisprechfunktion hier im Radio drin. Das heißt, ganz einfach das Telefon via Bluetooth koppeln und hier über die modernen Hochleistungsmikrofone im Radio selber dann entspannt telefonieren und den Gesprächsgegenüber dann auch mal über die Hi-Fi-Anlage im Auto hören. Das ist eine brillante Sprachqualität. Das ist ja fantastisch, liebe Zuschauer. Sie haben es gehört, ein tolles Eindin-Autoradio mit dieser tollen Bluetooth-Funktion, mit der Freisprechfunktion. Sie können auch telefonieren, Sie können den USB-Stick einstecken und natürlich die Musik auch vom USB-Stick abspielen oder auch von der SD-Karte. Sensationell das Ganze, wirklich sehr toll. Und das für 28,41 Euro, ist denn der Preis richtig, den wir hier anzeigen, Carsten? Man könnte meinen, uns wäre das Komme irgendwie eine Stelle verrutscht. Das ist aber wirklich ernst gemeint, liebe Zuschauer. Und Sie kriegen hier für noch nicht mal 30 Euro ein fantastisches Gerät. Ich bin sehr begeistert davon, natürlich mit allen Anschlussmöglichkeiten. Alle Kabel, die Sie brauchen, sind selbstverständlich mit dabei. Und das Schöne ist natürlich, dass wir hier speziell also auch die kabellose Musikübertragung via Bluetooth anbieten können, per USB-Stick oder auch mal per SD-Karte natürlich. UKW-Radio ist entsprechend auch mit dabei, automatischer Sendersuchlauf, das ganze Programm. Und hier haben wir tatsächlich auch noch das sogenannte RDS-System, wenn du jetzt über das UKW-Radio auch mal ein paar Informationen in Erfahrung bringen möchtest, zum gerade gehörten Radiosender, zum gespielten Interpreten, wie heißt der Titel beispielsweise. Ja, wenn man da was Schönes hört, werden die Informationen dann hier in so einem Laufband ganz einfach im Display angezeigt. Wir haben es jetzt hier nicht mit dem Stromnetz verbunden, was natürlich dann im Auto über die passende Kabellage, die selbstverständlich mitgeliefert wird, sehr schnell erledigt ist. Eine Sache von ein, zwei Minuten. Natürlich auch der entsprechende Aufbauadapter, das heißt hier der Rahmen ist mitgeliefert. Und dann hast du jetzt hier natürlich auch mal ein richtig schönes Kerlchen, schlank und klein, ganz anders als die Modelle, die man früher hatte. Und vor allen Dingen mit ordentlich Leistung drin. Ja, also da wird man schon richtig Glück haben oder richtig Freude mit haben. Und ich finde gerade so etwas wertet natürlich auch ein etwas älteres Fahrzeug mal auf. Ich mag diese blaue LED-Beleuchtung. Wie gefällt sie dir? Auch optisch sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr, sehr gut Carsten. Also muss ich sagen, eine wunderschöne Lösung hier für 28,41 Euro. Das Bluetooth-Autoradio mit der Freisprechfunktion, USB-Stick können Sie einstecken, SD-Karte. Haben viele Funktionen. 28,41 Euro. Der TV-Sonderpreis für Sie, liebe Zuschauer. Die Bestellnummer, die PX19. 68,569 an dieser Stelle. Auf Platz Nummer 9 unserer Top 10 der Autoprodukte gelandet. Da denke ich, das wird noch steigen. Also das ist meine Vermutung. Du denkst auch, ja. Gerade bei dem fantastischen Preis, da werden wahrscheinlich viele jetzt sagen, oh, das gönnen wir uns, das legen wir uns zu. Da tauschen wir einmal aus mit diesen vielen modernen Funktionen. Wirklich empfehlenswert, vor allem zu dem tollen TV-Sonderpreis, liebe Zuschauer. Und hier in der Top 10 Auto geht es weiter mit dem Platz Nummer 8. Und auf Platz Nummer 8 hat es eine fantastische HD-Rückspiegel-Dashcam geschafft, liebe Zuschauer. Auch ein fantastisches Produkt. Gerade diese Rückspiegel-Dashcams, die wir ja hier im Programm haben, die wir anbieten, erfreuen sich sehr großer Beliebtheit. Und so kommt die natürlich dann auch zu Ihnen nach Hause in dieser schicken Verpackung. Da können wir sie mal rausholen, um sie Ihnen zu zeigen. Das ist natürlich ein absolutes Sicherheitsmerkmal, das wir hier haben. Weil wir hier natürlich, man sieht es, eine schöne Möglichkeit haben, einmal den Rückspiegel zu vergrößern. Und da wird die ja auch angebracht. Aber in diesem Rückspiegel, in diesem vergrößerten Rückspiegel, verbirgt sich jetzt hier quasi, versteckt dann da, hier im hinteren Teil, die Kamera. Das ist eine tolle Möglichkeit, weil es ja auch so dezent ist. Und genau das ist der Grund wahrscheinlich, warum also auch speziell diese Modellvariante, übrigens relativ neu und frisch bei uns im Programm, mit brillanter Auflösungsqualität, alleine, wenn es um die Video- und Fotoaufnahmen Ihrer Kamera geht. Also wirklich gerne gewählt. Für 56,91 Euro bekommen Sie nämlich hier eine Kameraeinheit, die mit dem Rückspiegel verbunden ist. Und die löst ganz einfach auch in toller HD-Qualität auf. Und dadurch, dass heutzutage also nahezu alles hochauflösend ist, will man sich natürlich auch hier bei den Urlaubsvideos, von denen man früher immer nur erzählt hat, von den schönen Strecken und dergleichen, natürlich hier auch entsprechend von der hochauflösenden Qualität solche Aufnahmen überzeugen lassen. Ist für den Preis fantastisch, muss ich zugeben, liebe Zuschauer. Und dieses Display, was Kathi angesprochen hat, gibt ihn natürlich hier direkt im Rückspiegel integriert, wird nach ein paar Sekunden dann also auch auf blind geschaltet, damit man den vollen Umfang des Spiegels nutzen kann. Hier also auch perfekt integriert, um das Ganze auszurichten. Schau dir mal diese fantastische Qualität hier an. Also richtig schick, he? Ja, also das macht schon richtig Spaß, liebe Zuschauer. Und das Schöne ist, ich habe hier natürlich auch diese Kletthalterungen. Das heißt, Sie können hier diesen deutlich größeren Rückspiegel auch mal ganz einfach an jedem handelsüblichen Fahrzeug Rückspiegel integrieren. Ich habe die Kamera selbst getestet, den Vorgänger davon, der auf ähnliche Dimensionen kam. Und ich habe festgestellt, dass bei meinem Kombi der tote Winkel deutlich verkleinert worden ist, gerade in der Innenstadt. Ja, wenn man so nach Köln, nach Berlin, nach München reinfährt, hat man eben viele etwas mehr Verkehrsaufkommen, Radfahrer, Fußgänger und dergleichen, Busse, all sowas. Ja, und da muss man mitunter schon mal ein bisschen genauer hinschauen. Wenn man so vom Land kommt und jetzt dieses Verkehrsaufkommen nicht gewohnt ist, da verkleinert sich natürlich auch mal der entsprechende tote Winkel. Wobei natürlich macht ein Schulterblick immer Sinn, das lernt man ja auch schon in der Fahrschule. Brillante Aufnahmequalität natürlich, die Kamera einstellbar bis zu einem gewissen Winkel. Und ich wollte es ganz einfach mal wissen, wie verhält sich denn auch mal so eine Kamera oder so eine Aufnahme mal bei Kopfsteinpflaster, wenn es mal ein bisschen ruppeliger wird auf der Straße. Die sind einfach nur fantastisch und bieten brillante Bildqualität. Liebe Zuschauer, ein wunderschönes Modell. Definitiv empfehlenswert, ist schön dezent gemacht, wird also auch kein Regensensor und dergleichen stören. Und das sind so die Situationen. Ja, wenn sowas mal passiert, weiß man nicht so wirklich, okay, hat jetzt der kleine Junge nicht aufgepasst? Ich meine, natürlich ist er seinem Ball hinterher gelaufen, aber als Autofahrer musst du immer bremsbereit sein. Leg dem Ermessen des ermittelnden Beamten, der den Unfall aufnimmt. Ja, aber manchmal hast du Situationen, die sind einfach strittig. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du einen Unfall bezahlen musst, an dem du eigentlich nicht schuld warst. Und da gibt es natürlich solche Sachen, zum Beispiel Thema Wildunfall. Das ist natürlich eigentlich eine klare Sache. Oh, Riesenthema. Ja, den die Versicherung natürlich eigentlich reguliert. Vielleicht hatten Sie schon mal einen Wildunfall. Ich hatte schon mal einen. Da übernimmt das die Versicherung selbstverständlich. Aber man muss ja nachweisen, dass es ein Wildunfall ist. Und das wird dann ganz, ganz schwierig, wenn du vielleicht keine Spuren des Tieres wirklich an deinem Auto hast. Mit so einer Dashcam sind sie da abgesichert, liebe Zuschauer. Und da lieber einmal die 56,91 Euro ausgeben hier und da wirklich Sicherheit im Auto haben und während der Fahrt dann auch dementsprechend die Sicherheit haben, als dass man da wirklich mal auf so einem Schaden dann sitzen bleibt. Da fährt die Sicherheit bei Ihnen mit. Überlegen Sie sich das. Das ist nicht umsonst jetzt so ein beliebtes Produkt hier bei uns. Weil viele haben sich gesagt, lieber einmal wirklich hier so einen kleinen Betrag investieren und dann ab da Ruhe haben, sich gar nicht mehr aufregen müssen. Wenn mal was passiert, hat man es ja dann direkt auf Video. Richtig. Ist absolut sinnvoll. Hier mit der NX4320, liebe Zuschauer, schauen Sie, wie einfach dieser Einbau geht. Das haben Sie innerhalb von wenigen Minuten gemacht. Und dann fährt die Sicherheit bei Ihnen im Auto einfach mit. Sie haben diese Kamera an Bord. Wenn mal irgendwas ist, kann man sich das direkt angucken oder dann halt auch so eine Aufnahme auch mal im strittigen Fall dann der Versicherung vielleicht zeigen oder dem ermittelnden Beamten. Das war unser Platz Nummer 8. Hier in der Top 10 Auto geht es weiter mit Platz Nummer 7. Und auf Platz Nummer 7 haben wir so ein richtiges Allround-Produkt, das ihm im Falle eines Falles im Notfall quasi zur Seite steht. Ja, und da gibt es natürlich verschiedenste Bereiche, liebe Zuschauer. Notfälle können sein, ein leer gelaufener Handy-Akku. Wenn man ganz einfach mal kurz zu Hause anruft, um auch die Sorge zu nehmen, wenn man von mir erst eine halbe Stunde später kommt, wenn von mir erst der Zug mal Verspätung hat oder in dem Fall jetzt, weil wir in einem Top 10 Auto sind, wenn man vielleicht eine Panne hat oder mal ein paar Minuten im Stau steht, dass da also zu Hause keiner auf dumme Ideen kommt, dass man da vielleicht irgendwo im Graben liegt. Aber genau in dem Moment, wo du so eine Information loswerden möchtest, ist dein Handy-Akku leer. Und du hast jetzt vielleicht nicht unbedingt die Anschlussmöglichkeiten im Fahrzeug, um jetzt mal eben kurz für Ersatz zu besorgen. Da hast du jetzt hier natürlich alle Möglichkeiten der Welt. Wir haben bei diesem Modell jetzt hier, ein 5-in-1-Modell, unter anderem allein schon die zwei Anschlussmöglichkeiten für bis zu zwei USB-Geräte. Das heißt also auch mal eine Dashcam beispielsweise, wie das Modell, das wir gerade kennengelernt haben. Oder ein anderes vergleichbares Modell. Oder hier in Verbindung mit dem Smartphone-Laden oder Smartphone-Navi, Smartphone-Tablet, Smartphone-Digitalkamera. Also da kann man definitiv bis zu zwei Geräte gleichzeitig aufladen. Dann haben sie natürlich hier auch noch zusätzlich diese Beleuchtung mit drin. Sekunde, mach sie mal ein. Für den Notfall natürlich super. Und ich kenne das selber. Ich habe ja irgendwann Anfang Dezember mal mit einem Reifenschaden auf der A3 kurz vor Wiesbaden gestanden. Und irgendwann nach so zwei Stunden, wenn du da stehst, und hast einen Warnblinker an, ist die Batterie leer. Dann wird das Auto immer dunkler und die LKWs donnerten 10 cm mehr vorbei. Da wäre ich froh gewesen, wenn ich nochmal eine zusätzliche Lichtquelle als Warnung ganz einfach gehabt hätte. Das wäre Punkt Nummer zwei. Das Schöne ist, dass wir hier aber auch von echten 12.000 mAh reden dürfen. Und das bedeutet, du kannst natürlich auch mal eine Autobatterie, wie wir es hier sehr schön sehen, hervorragend mal zum Starten wieder mit Strom versorgen. Das passiert dauerhaft in der Stromabgabe mit 200 Ampere, einmalig mit 400 Ampere für circa drei Sekunden. Und genau so ein Modell hat auch der Automobilclub genutzt, um mir dann unter anderem auch nach bestimmt fast vier Stunden Standzeit auf dem Standstreifen der Autobahn wieder dann entsprechend genug Energie zum Starten meines Autos zur Verfügung zu stellen. Ich habe neulich einen Bericht gesehen von so Pannenhelfern, die dann auch so rumfahren. Und die hatten auch so eine Powerbank dabei und haben auch Autos in der Stadt mit so einer Powerbank wieder gestartet. Weil die haben gesagt, sie können in der Stadt zum Beispiel gar nicht so an die parkenden Autos ranfahren, um da zu überbrücken. Und da machen die das auch immer mit so Powerbanks, haben die erklärt, weil das da gar nicht aufgrund der Parksituation möglich ist, anders zu überbrücken. Und da habe ich nämlich auch an das Produkt denken müssen. Ja, das ist natürlich einfach auch clever. Manchmal hat man eben einfach keinen Platz. Also mir ist auch ein bisschen Angst und Bange geworden, um den Mitarbeiter des Automobilclubs, der da also auch fünf Zentimeter von den LKWs da versucht hat, meinen Reifenschaden zu beheben. Aber gut, wenn du so einen Schaden hast, dann suchst du ja in der Regel nicht aus. Da muss man eben auch schon mal schauen, dass es eben vom Platzangebot passt. Mit einem Überbrückungskabel kommst du da häufig nicht weit. Und da hast du eben so eine schöne, kleine, kompakte Einheit. Natürlich sind verschiedene Adapterlösungen mit dabei, gerade für die Android-betriebenen Gerätschaften, liebe Zuschauer, für die iPhone-Besitzer. Bitte da das entsprechende Ladekabel ganz einfach mitnehmen. Da sind wir beim nächsten Punkt angekommen. Vielleicht haben Sie einen Laptop, liebe Zuschauer. Und auch das läuft garantiert mal irgendwann vom Akku her leer. Das hat leider Methode eben. Es ist eben einfach so, dass so ein Akku auch von so einem Laptop mal irgendwann leer wird. Aber selbst das können Sie ohne Weiteres hier mit dieser Powerbank wieder aufladen. Und damit Sie auch Ihr Modell aufladen können, haben wir in der Summe zwei, vier, sechs, acht verschiedene Adapterstecker mit dabei. Und da ist garantiert auch ein Ladestecker für Ihr Modell mit dabei, ganz egal, welcher Hersteller das ist. Wir decken damit ungefähr 98 Prozent der auf dem Markt befindlichen Laptops ab. Die modernen sowieso, aber auch die etwas älteren Modelle kann man natürlich hier jederzeit auch von der Spannung, von der Abgabespannung ganz einfach einstellen. Unterschiedliche Modelle brauchen unterschiedliche Stromleistungen. Hier lässt sich da entsprechend Rücksicht drauf nehmen. Tolles Modell, ganz einfach. Kannst natürlich auch hier entweder über die Klemmen gehen, wenn du die Batterien nochmal mit Strom versorgen möchtest oder auch ganz einfach mal über den 12-Volt-Zigaretten-Anzünder. Da musst du noch nicht mehr die Motorhaube öffnen. Und mit echten 12.000 mAh ist das eine richtig tolle Variante. Es ist fantastisch, liebe Zuschauer. Wir haben hier ganz viele Pressemitteilungen. Sie haben es gerade kurz eingeblendet gesehen. Wir haben hier von Tablet und Smartphone eine Produktvorstellung. Wir haben eine Empfehlung der Redaktion vom PC-Magazin. Und dann ganz viele Automobilclubs, zum Beispiel Oldtimer-Markt. Das kennen Sie vielleicht, die Zeitschrift, die hat das auch empfohlen und getestet. Und, und, und. Also ganz, ganz viele begeisterte Stimmen hier für dieses tolle Produkt. PX 8830 und die 569. Unser Platz Nummer 7 in der Top 10 der Autoprodukte. Auch Sie können da jetzt zugreifen. Und hier geht es weiter mit Ihrem Platz Nummer 6. Und auf Platz Nummer 6, da haben wir eine praktische Einparkhilfe. Ja, das ist natürlich auch was ganz, ganz Tolles. Weil ab und zu, ja, da wird es mal ganz, ganz knapp, wenn man dann beim Rückwärtsfahren ist. Also ich kenne das mitunter, wenn ich mal so zwei, drei Tage mit dem Kleinwagen meiner Frau unterwegs bin. Das ist ein kleiner Zweisitzer, so ein Stadtflitzer. Ja, weiß ich nicht, 1,50 Meter lang, gefühlt irgendwie ein halber Quadratmeter Platz drin. Und dann steige ich nach so zwei, drei Tagen wieder in meinen 4,50 Meter langen Kombi ein. Also das ist auf einmal dann wieder so viel Auto, dass man sich erstmal wieder orientieren muss. Ganz besonders, wenn es auch mal in die engen Parklücken mal einer Innenstadt reingeht. Wir hatten es aber selbst vor kurzem hier auf unserem Parkplatz draußen vor der Tür. Da hat unser Hausmeister, damit wir nicht dauernd über die Rasenfläche fahren hier vorne mit der Vorderachse oder mit den Vorderreifen, hat so kleine Steine hingelegt. Ja, an sich deutlich erkennbar, wenn du darauf zufährst. Aber wenn du im Auto sitzt und legst einen Rückwärtsgang ein, dann hast du diese Steine nicht wirklich gesehen. Ja, und da kann es natürlich mal passieren, wenn Sie in der Region unterwegs sind, wo Sie sich nicht so wirklich auskennen, dass Sie in den Rückspiegel schauen und denken, okay, da ist nichts. Ich habe also noch zwei, drei Meter Platz und ziehen zurück. Ja, und auf einmal macht es dann, ja, und dann haben Sie mal den Auspuff, das Endrohr kaputt oder mal im Unterbodenbereich was kaputt oder noch schlimmer den Stoßfänger hinten angetitscht. Dann sind schnell mal ein paar hundert Euro fällig. Hier haben Sie ganz einfach ein zuverlässiges Ultraschallsystem und dieses Ultraschall misst die Entfernung zum entsprechenden Hindernis, wenn man rückwärts fährt. Und das ist einfach fantastisch. Man kennt das bei den fest eingebauten sogenannten PDCs, Park Distance Control. Die senden so ein Piepston aus. Piep, 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 piep. Ja, also das ist schon ganz, ganz clever gemacht und wenn es dann durchgehend piepst, dann weiß man ganz einfach, aha, jetzt habe ich noch ungefähr 30 Zentimeter bis zum Hindernis. Hindernis ist einfach clever gemacht, dass man da noch ein bisschen Spiel hat, um auch mal eine Kofferraumklappe dann entsprechend noch aufmachen zu können, dass man vielleicht auch noch hinter dem Fahrzeug hergehen kann. Einfach eine gewisse Sicherheitskarenz. Und das Schöne ist, dass wir hier diese Ultraschallsensoren in den Kennzeichenhalter integriert haben. Das heißt, du musst also jetzt nicht hingehen und irgendwie mit einem Bohraufsatz oder was, da irgendwelche Löcher in den Stoßfinger bohren. Nein, nein. Du schließt das ganz einfach, wenn du möchtest, mit der Elektronik deines Rückwärtsgangs ein, das heißt also ganz einfach an die Lampe hinten. Dann hast du die entsprechende Stromzufuhr und dann messen diese kleinen Ultraschallsensoren hier die Entfernung bis zum nächsten Hindernis. Dieser Piepston, den ich gerade erwähnt habe, ist ein Punkt. Sie haben aber auch noch zusätzlich eine optische Anzeige vorne im Armaturenbrettbereich mit einem ausreichend langen Kabel, auch für lange Fahrzeuge. Hier wird dir sogar die Entfernung noch genauestens angezeigt. Das bedeutet volle Kontrolle, speziell beim Rückwärtsfahren. Nicht jeder ist auch körperlich in der Lage, damit unter auch nochmal den Blick nach hinten zu werfen. Manchmal verlässt man sich auf den Spiegel, aber nicht alles kannst du sehen. Setz dich mal in so ein SUV rein, ja, da hast du mitunter so kleine Schießscharten nach hinten raus. Da hast du mal locker 1,50 Meter Höhe, ein bisschen übertrieben dargestellt, wo du einfach nichts sehen kannst. Jetzt hast du da ein kleines Kind, was läuft, ein Tier beispielsweise und du setzt zurück, hast es nicht gesehen. Das kann fatale Folgen haben. Dann lieber einmal eine vernünftige Einparkhilfe, nachträglich eingebaut, nachträglich nachgerüstet. Der Einbau dauert ein paar Minuten jetzt hier, passt an jedes Fahrzeugmodell, egal welcher Hersteller. Und dann ist man damit auf der sicheren Seite. Finde ich toll gemacht und vor allem einmal einen Unfall verhindert, dann hat sich sowas schon ganz einfach gelohnt. Vor allem sensationell einfach, weil hier per Funk übertragen wird. Das heißt hier einfach 12 Volt Zigarettenanzünder einstecken. Da haben sie hier das Display. Da wird dann alles angezeigt. Hinten das einmal an das Kennzeichen installiert, alles an den Rückwärtsgang angeschlossen. Das ist auch kein großer Aufwand. Das ist fantastisch, liebe Zuschauer. Für 47,41 Euro. Einfach so viel mehr Sicherheit und Komfort während der Autofahrt beim Einparken. 47,41 Euro. Das ist ja überhaupt kein Preis, wenn man sich das mal überlegt, wie einfach, wie schnell man das jetzt nachrüsten kann. Das ist eine ganz, ganz tolle Sache, liebe Zuschauer. Neu bei uns im Programm. Und jetzt schon auf Platz 6 unser Top 10 der Autoprodukte. Da können Sie jetzt auch direkt bestellen mit der PX41556569. Man sieht es ganz genau hier. Sie sehen das, Sie hören das. Sie haben hier dieses tolle kleine Display. Das ist optimal gelöst worden und so einfach zu installieren. Das finde ich ja auch immer wichtig bei den Produkten, dass es einfach ist zu installieren. Das ist ein ganz entscheidender Faktor, liebe Zuschauer. Man muss also kein Kfz-Mechatroniker sein, um da irgendwie mit zurecht zu kommen. Das ist also auch mit der deutschsprachigen Bedienungsanleitung entsprechend leicht erklärt. Und natürlich sieht der Kennzeichenhalter im ersten Moment so ein bisschen aus wie so ein Schweizer Käse. Aber es garantiert Ihnen hier durch die entsprechenden Aussparungen, dass Sie bei jedem Fahrzeugmodell ganz einfach den aktuellen Kennzeichenhalter runternehmen können, den integrieren können, egal ob die Schraube da, da oder da ist. Dann kommt das Nummernschild drauf und dann haben Sie hier diese Einheit komplett im Halter mit drin mit dem entsprechenden Display vorne fürs Armaturenbrett. Und das war unser Platz Nummer 6, liebe Zuschauer. Jetzt gibt es hier in der Top 10 Auto eine kurze Unterbrechung. Es folgt eine 5-Euro-Überraschungsshow für Sie. Und dann geht es auch direkt weiter mit den Plätzen 5 bis 1. Also dranbleiben jetzt die tollen 5-Euro-Schnäppchen, abräumen und dann die Plätze 5 bis 1 in der Top 10 Auto für Sie. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß.